Super-Saison-Super-Faktor-Meg! Einfach mal die drei Viertel von der Map ist einfach weg. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Das wird lustig. Ja, das wird voll gemütlich. Was machen wir? Wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schwimmen, schwimmen und wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ich will nicht. So wie deine Lache gestern, ey. Lukas. Schau, alter Hexe. Oh, witzig. Das klingt verstörend. Oh, bei uns ist der Zug. Zug, zug, zug. Oh mein Gott. Let's go. 30 kills, here we go. Da ist einer, der fliegt auf den Zug. Er geht auf den Zug, er geht auf den Zug, er geht auf den Zug. Zwei gehen auf den Zug. Angriff Freigabe für alle. Achtung, sie landen direkt drauf. Alter, Steffi. Hey, ich bin's doch nur, schieß nicht auf mich. Teammate, teammate. Voll Freunde und so, weißt du? Seid mal nicht. Ja, ähm, sag, sag, Steen. Okay. Steen lügt. Habt ihr Platten? Ich, Gott. Einmal Lukas. Und einmal. Den Namen braucht man nicht ansprechen. Ja, erwähnt sie lieber nicht. Wenn die in den Namen sagt, geht sie nie wieder weg. Krasse Fächer. Du alter Fächer. Du bist ein alter Fächer. Ich mach da spezielle Money rein. In der Fächer? Juhu. Alter, das Nachladen, das dauert noch länger, wie LNG. Entschuldigung. Ohi? Ah. Hihihihi. Hihihihi. Oh, du Scheiße. Wir sind schon komisch. Komisch wie HH oder komisch wie seltsam? Komisch wie seltsam. Okay. Oder beides. Aber manchmal auch wie HH. Aber nur manchmal. Aber mehr wie seltsam. Mit dem Fallschirm grad. Achtung, Bewegung. Irgendwo da war der gerade. Bist du grad? Ja. Er rennt da hinten. Da sind welche. Die sind drüben. Sind gerade in das Haus da gelaufen. Ich hab nur zwei gesehen bis jetzt. Einer ist grad raus. Ist das gelbe Haus unten. Sind grad runter gegangen. Der dritte läuft grad rein. Ne, der dritte läuft dahinter rum. Okay, ich hab sie gesehen. Ich hab mich gesehen. Da hinten. Wo hinter dem gelben Haus. Ist K.O. Vorne. Ah. Der rum in der Tür. Ist der hier? Ich hab ihn. Den ersten. Ich geh hinterm Haus rum. Der hat noch Platten. Lukas sehe hier vorne. Ja, ich hab alles liegen lassen. Sind die, sind die tot? Ja, hier vorne. Einer ist tot. Auf der, äh. Auf der Kreuzung. Es war einer. Oh, der. Sind die alle? Aufm Dach. Jawoll, die war's gelöscht. Oh mein Gott. Aber ich dachte, es waren drei. Also. Pass mal ein bisschen auf. Ich dachte, ich hab drei Leute gesehen. Du hast den dritten? Delektion. Oh, okay. Rot-Monition mattiert. Leute, ich hab'n Kind. Oho. Braucht jemand diese Gasmaske? Ja, alle mit der Magnet spielen, ne? Ja. Und liegt gut, aber hat er vielleicht noch eine gescheite Waffe für mich? Draußen liegen noch welche, aber ich weiß nicht was. Ich guck mal. So. Nö. Auch nicht. Okay. Aber schön aufgezählt. Ich hätte hatten Kill. Yay. Die sind einfach nur fair, würde ich sagen. Ja, aber der aufm, aufm Dach, der war doof. Der hat ewig runtergeguckt. Und ich glaub, das war sein Problem. Hier ist ne Gallo. Schrotflinte gefunden. Und Panzerplatten. Ich hab' eine Schussweste gefunden. Ich hab' eine Schussweste gefunden. Tasche. Tasche. Idoll. 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 Steht denn die Helikopter? Schrotflinte gefunden. Da kommt er gleich zu. Feindlicher Heli. Komm. Jetzt hab' ich aber einen Fehler gemacht. Wieso? Jetzt hab' ich zwei Schrotzen in der Hand. Das ist nicht gut. Die, 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 die Helikopter. Ja, der kreist da oben. Jetzt haben wir die Häuser da runter. Ja. 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 Markiere Wegpunkt. Scharfschützengewehr markiert. Da hinter ist hat jemand sein Maid. Der grad wieder belebt. Das ist noch ne Aufklärungsdrohne. Wie geht's für was? Du könntest das steuern. Das ist noch ne. Achso. Okay, ne. Dankeschön. Ich find' die net so. Au da oben. Das war wahrscheinlich der, dass er mit gerade hier runter ist. Da hinten schießt. Zielpunkt markiert. Ach. 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 Ich komm. Oh. 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 Hallo. Du erhältst deine Ausrüstungslieferung. Hier. Äh. Hier kommt man nicht. Hey. Hier ist deine Gasmaske. Der Vieh? Ja. Ich hab nur kurz Munition noch geholt. Hier noch ein Dach. Hallo. Oh mein Gott. Na ja, ist leer. Waschgas kommt. Ist leer und so. Gell? Oh verdammt. Ich hab ja gar keine. Zweig. Nein. Du hast keinen Herzschlag, Lukas. Scharfschützengewehr. Oh. Ich hab. Ich hab den Betrüger. Du betrügst uns doch wieder? Ja. Aber Simon. Ich dachte, du lebst nicht. Was? 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 Ja. 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 Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich renne Simon nach. So im Zickzack zwar. Aber ich renne ihm nach. Ja. Wir laufen halt. Ja. Irgendwie sind. Wir sind ein wenig eingespielt. Simon. Ich hab mir grad selbst die Tür mitgelegt. Das funktioniert im Moment teilweise wirklich gut, wenn du rumrennst. Du hast zwar sehr viele Kämpfe, aber wenn der die gewinnt. Dann kommst du weiter. Logische Schlussfolgerung. Ich hab grad nicht gewusst, dass ihr so slow seid. Wir auch nicht. Zug. Zug. Zugfolge. Wah! So nah. Ich bin nicht der. Darf ich vorstellen? Zug. Hallo Zug. Ist niemand, ne? Außer hinten. Ne, auch nicht. Oh, da wurde gewünscht. Lut, Lut. Und wohin? Oh, jetzt steckst du. Und wohin? Oh, jetzt steckst du. Und wohin? Du bist mein Lut. Aha. Da kommt auf. Ne. Doch, doch. Der kommt auf uns zu. Feindliches Fahrzeug gesichtet. Okay, tschüss. Tschüss Auto. Tschüss Auto. Tschüss Auto. Tschüss. Macht's schön mit dir. Tschüss. Äh. Sollten wir schon mal rüber laufen, ja, oder? Ja. Und so dann. Und gleich schützen alle tot. Wir sind auch offen. Du kannst auch den Hahn, markiere Wiko. Niko macht den Hahn. Hier ist offen. Äh, leer. Komm. Hier ist auch offen. Ja, ich glaube, hier ist überall offen. Hier ist auch offen. Hier ist auch offen. Und ich bin auch offen. Selgi ist auch offin. Zeli ist auch offen. Hup, hu. pu 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 Musik ist das erste, was man kennenlernen. Da oben. Okay, äh... Und EINERS. Sieht er mich? Bleib du mal in dem Haus da. Ah, der Sniper hat auf mich, der hat mich gesehen. Wo ist der? Ist da O. Hier links von uns... Das sind noch ein paar drin. Links sind noch ein paar drin. Ja, ich hab da Schritte gehört da hinten. Hallo. Warte, ich... Da oben. Oben? Direkt von mir! Help! Rettet Pico! Frauen und Kinder zuerst! Entschuldigung! Oh Gott! Jawoll! Einer fehlt. Der andere war links davon. Der muss hier drin sein. Achtung, Bewegung! Ich hab Glas gehört. Wo schießt das? Ist hier drin. Ah, okay. Ich geh durch... Äh, ich geh hinten rum. Ne? Oh! Kontrollier deine verdammten... Oh! Leute! Bitte! Ist hier weiter hochgeräumt. Ich seh ihn aber auch nirgends. Ist er aufm Dach? Ne, oder? Ne. Ich würd so lachen, wenn ich jetzt tot bin. Nein. Die anderen brechen hin. Was sind denn die anderen? Vielleicht haben die noch Loot. Obwohl ich hab... Obwohl die Fahrer... Äh, die ist gar nicht so. Ich hab ein bisschen... Cheese! Was? Du hast Käse? Ja immer. Cheese! Wie geht's dir? Gut, dankeschön. Und euch? Prima! Was? Seid ihr schön am Gewinnen. Ja, ja, ja. Ja klar. Geht's gut, danke. Auto, Auto. Auto, Auto. Auto, Auto. 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 die zone kommt sind die rüber darüber weiß ich nicht aber rund auf jeden fall ja die sind rüber gelaufen und dann schießt was auf mich und dann rein ich in die zone wie immer das legt ich wähle lieber den gas tot als dass ich ihm den kill schenkele niemand kriegt den kill niemand ich sterbe selbst das macht absolut sinn oh mein gott oh mein gott hier ist ein bunker oh mein gott schade ich hab jetzt gar nichts auf range das ist problem und hier ist er offen ja wir brauchen doch eh nichts auf range die macht über 100 meter ein pistol kill das war so geil das hat so spaß gemacht das ist wirklich passiert übrigens das ist wirklich passiert ich habe auf 100 meter mit der pistole jemanden erschossen was muss ich klippen ne wir haben leider nichts aufgenommen ach so ach schade wir haben zu zweit gespielt also Simon hier ich glaube wir müssen hier da das schaffen wir nicht der bringt mir ja alles bei hier und dem hab ich geübt und da ist das passiert das war so witzig naja kill über 100 meter ich glaub du bist ready so lange das gas nicht in der nähe ist das alles gut ich sag mal so wir haben in den duos haben wir schon auf verdamsk 84 schon den win geholt tatsächlich ja und ich war am leben zu dem kreislauf sehr geil krass ja siehst du mal gut die letzten die haben wir dann wirklich komplett aus dem lausen leben genommen das war echt schön oh ja das war schön lkw fährt auf mich zu ja der springt runter alter was ist das denn äh was für hölle ich hab ihm ausgelöscht ich hab ihm ausgelöscht ich hab da ne Waffe ne 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 Pistol wow also ich bin ey Steppi das war dein Kill ich hab nen Kill Opfer oh da oben hat's grad laut geknallt oh wie cool ich hab nen Kill kann der noch alles so schön bürger Gott mich macht das Spiel so fertig ich komm nicht hoch Finger weg vom Kühlschrank dann kommst du auch die Schränke hoch äh Schränke genau schläf ich genau und die Schränke auch und die Schränke auch Fassicht einer ist tot da waren noch andere ja ich schau grade oben das Gas kommt näher neue Sicherheitszone wird passiert oben sehe ich keinen hat Schlagsack nix ja die sah auch aus als ob die weiter weg waren der Waffe hier draußen liegt noch was ja ich hab ich hab eine Waffe damit wirst du nicht aufpassen irgendwie von da drüben gehabt ah ja genau da drüben ich hab mal Klee nein beschützt Pico oh mein Gott ok lebe noch ist immer noch da oben ja ist immer noch da oben ist immer noch da oben ja ist immer noch da oben beschützt Pico oh mein Gott ich seh das Fenster aber ich seh ihn nicht verbunden das Gas nähert sich dir da hinten fängt noch ein also das weiter weg okay das Gas kommt jetzt dann er muss raus der ist hinten dran der ist hier ja ich seh ich seh ich bin auf der anderen Seite von dem Backsteinhaus äh links von der Mauer oder rechts links war auch grade zumindest aber rechts die Zone ist aber zügig die Zone ist da er ist aber nicht raus oh mein Gott wo ist das denn der ist gecircult glaube ich ich glaube er auch hier das Haus vielleicht Markierung der Zielposition ok ich schau oben dann oh oh na wir sind doch gut Lukas pf 8 Zone ist fertig oh das war eng was war das Da hinten, dort irgendjemand. Hat da schnappt einer? Nene, das war irgendwie Ausrüstung oder sowas. Ach du kommst hier nicht hoch, ne? Ne, wir wissen. Oh mein Gott. Die sind auch gar nicht offen hier. Nö, nö. Das kenn ich irgendwann ja. Oh, lass mich hoch. Auch passen, Steffi, ne? Ja, bin hinterm Stein. Polizei sich keine. Hier vor uns irgendwo. Also das Haus ist leer. Wo wir hier drin sind. Sei es, sehe ich auch gar keine Bewegung, aber das heißt nichts. Kann sein, dass die einfach weiter hinten sitzen. Ich bin hier in dem... Oh das, Steffi. Entschuldigung. Schieß doch schon wieder auf mich. Was ist denn heute los mit dir? Sei doch nicht so nervös. Ich bin's doch nur. Ich glaube, wir werden heute im Polizeirevier campen. Wenn da nicht sind alle drin campen. Ich bin mal hier oben, äh hinten drin. Ja. Da sind mit Sicherheit schon welche drin. Ich glaube auch, ja. Ich seh nicht. Ja, das ist Poliz... Da sind... Die kommen runter. Ja, hier vertreten, Alter. Ja, hier vertreten, Alter. Die Zone ist nicht schnell. Soll ich rechts ans Haus rennen? Von links kommen auch noch welche. Oh mein Gott. Da geht's nicht mehr raus. Last but not least, Alter. Ich bin vorm Haus. Ja, ich bin dahinter. Haben die Tür zugemacht vorne. Ich geh aufs Dach. Der ist im Haus. Ich geh aufs Dach. Ah, das ist nicht, aber vom Hügel kommen... Einer. Schau grad, wo. Ich seh nicht. Da vorne war einer. Ah! Fuck! Ah, schade. Nein! GG! Wie viel da ist jemand? Da wird's nicht angezeigt. Mir wird's auch nicht angezeigt. Echt? Hä? Ich hab Kamera... Was? Wie viel sind da hier? Wir sind Zweiter. Echt? Oh nein! Wir sind Zweiter. Zweiter! Juhu! Na, GG! Sehr geil. Geil. Zu harte. Aber auch geil. Ja, richtig geil. Gute Runde. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Spielt ihr nur Dreier oder macht ihr auch Viererteams? Wir können auch gerne einen Vierer machen, Schatz. Aber es ist ein Dritter geworden. Wir sind ein Dritter geworden. Ein Dritter sind wir. Zum Wohl. Zum Wohl.